UNTERTITELUNG Wo ist denn das kleine Schweinchen? Los! Wo ist denn das kleine Schweinchen? Der Freitag, Walter, Freitag meldet sich zur Stelle. Ich habe meine Einheit verloren. Und bitte gehorsam, mich Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen. Jetzt erst mal Achtung! Und zwar Dalli! Dann los! Ich bitte Herrn Hauptmann, mich nicht unterstellen zu dürfen. Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist? Wir sind auf Sondereinsatz. Mit welcher Vollmacht? Vollmacht von ganz oben. Ganz oben. Halt! Das ist Hauptmann Herold, der ist auf Sondereinsatz. Wir kennen uns doch. Der Hauptmann soll Bericht erstatten. Also habe ich Hauptmann Herold von unserem kleinen Lagerungsproblem erzählt. Der innere Lagerbereich untersteht der Justizbehörde. Dann muss ich Ihnen wohl die nötige Befugnis erteilen. Endlich passiert was. Alles aufstellen! Drei Gruppen zu 30? Na dann halten wir uns besser ran. Drei Gruppen zu 30? Bleibt gerade Herold antreten! Hier sind wir durch. Die Lage ist immer das, was man draus macht. Nicht wahr, Herr Hauptmann? Ja, das bin ich, der Hauptmann.